Teure Autos und ihre Wirkung auf Frauen. Diesem Thema widmet sich ein Video der YouTube-Komiker Dre und Vic. Mit ihrem 1,5 Millionen Dollar teuren Supersportwagen Bugatti Veyron wollen sie eins beweisen, wie leicht Frauen damit zu beeindrucken sind. Vor einer Universität sprechen sie junge Studentinnen an. Unverblümt sagt der Mann, was er will. Und das ist Sex. Empörung bleibt die Ausnahme oder ist schon nach wenigen Sekunden verflogen. Sogar eine junge Frau in Begleitung ihres Freundes steigt bereitwillig zu dem wildfremden Mann ins Auto. Auch wenn die Idee dieses Videos nicht originell und das Ergebnis nicht überraschend ist, via Ernst, sollte man diesen Streich natürlich nicht nehmen.